Die reine Aktivität der Hinterbeine wölbt nicht den Rücken auf. Die Aktivität der Hinterbeine gilt landläufig als Grundvoraussetzung für die Aufwölbung des Rückens. Muss man also nicht doch durch ständiges Treiben die Hinterhand aktivieren und aktiv halten? Jede Hilfe, die ich einem Pferd gebe, muss eindeutig und verständlich sein. Feines Reiten ist vor allem Impulsreiten. Die Sorge des Reiters muss es sein, dass der Impuls verstanden wird und die gewünschte Reaktion des Pferdes erfolgt. Die Reaktion darf dabei nicht verhalten sein, sondern muss prompt erfolgen und möglichst unter voller Kraftentfaltung geschehen. Die Aktivität der Hinterhand wird nicht durch den Schenkel des Reiters erzeugt, sondern nur erfragt. Der Impuls erzeugt also nicht die Aktivität, sondern das Pferd erzeugt sie selbst, auf Anfragen des Schenkels. Und nur das Pferd kann die Aktivität der Hinterhand beibehalten, nicht der Reiter. Dieser kann sie nur überprüfen, bestätigen oder für zu wenig bewerten. Die einzige Sorge des Pferdes ist die Aktivität selbst beizubehalten. Gebe ich also einen Impuls, muss ich anschließend die Reaktion des Pferdes bewerten. Sobald ich aber die richtige Reaktion habe, ist die Bewertung abgeschlossen. Ich setze die Hilfe aus, um ihre Bedeutung zu bewahren und nicht zu verfälschen. Das Pferd kann sehr wohl alleine laufen. Es gibt keine Knöpfe am Brustkorb. Das macht es auch auf der Weide. Wir müssen ja nicht zu zweit neben dem Pferd herlaufen, damit es sich weiter fortbewegt. Dazu ist es natürlich auch wichtig, die Hilfen eindeutig zu bestimmen und dem Pferd zu erklären, bei richtig erfolgter Reaktion loben, dass es etwas richtig gemacht hat. Außerdem muss ich die Helfen trennen. Nicht Kommando für Gas gleich Schenkel und Bremse gleich Hand gleichzeitig geben. Zur Rückenaufwölbung über Aktivität sei folgendes gesagt. Die reine Aktivität der Hinterhand erzeugt keine Rückenwölbung. Wir müssen diese Aktivität bewerten. Ein Bein tritt vorwärts, das andere Bein schiebt nach hinten raus. Überwiegt nicht das vorwärts unter den Schwerpunkt tretende Bein in der Bewegung, hebt sich der Widerriss nicht. Das Becken kippt nicht ab und so weiter. In diesem Fall haben wir auch kein Vorwärts. In diesem Fall überwiegt nämlich der Schub, also das nach hinten raustretende Bein. Leider werden wir so auch keine Rückenwölbung erhalten können. Trotzdem werden wir aber mehr Aktivität haben, mehr Schub und an Geschwindigkeit zulegen. Wer also glaubt, die Aktivität der Hinterhand durch vermehrtes und ständiges Treiben abzusichern, befindet sich auf einem Irrweg und wird das Gegenteil erfahren. Die Kontrolle der jeweiligen Hinterbeine ist das wirkliche Geheimnis. Dazu muss ich aber die reine Aktivität der Hinterbeine erst einmal hergestellt haben. Und dann setze ich die Hilfen aus. Und siehe da, das Pferd läuft trotzdem weiter. Bin ich mit der Bewegung zufrieden, tue ich nichts. Benötige ich mehr Vorwärts, also das innere Hinterbein, mehr in Richtung des Schwerpunkts, dann benutze ich den inneren Schenkel, und zwar nur diesen, um das innere Hinterbein des Pferdes zu mehr Vortritt zu veranlassen. Habe ich diesen Vortritt erwirkt, unterlasse ich auch diese Einwirkung und warte weder darauf, dass sich ein anderer Fehler einschleicht oder genieße einfach die Bewegung, werde eins mit meinem Pferd. Wie die Amerikaner sagen, never touch a running system. Oder was nicht kaputt ist, muss auch nicht repariert werden. Es gilt, die Grundsätze des feinen Reitens zu beachten. Das Trennen der Hilfen, Hand ohne Bein, Bein ohne Hand, das Aussetzen der Hilfen, auf Aktion folgt Reaktion, Balance vor Bewegung, das Fixieren der Hand, Trennung von Kraft und Bewegung und die Leichtheit im Kiefer.